Aufgepasst meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopfhörer mit Total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Video. Und heute sprechen wir über 5 Fragen, die man sich selbst stellen sollte und die auch dein Leben maßgeblich verändern können. Doch bevor wir jetzt mit den 5 Fragen starten, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr den Video im Daumen nach oben gebt. Das motiviert mich einfach weitere Videos für euch zu produzieren. Und jetzt fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Was würde mein 80-jähriges Ich über mein jetziges Leben sagen bzw. was ich gerade erreicht habe, was ich gerade mache? Ich denke mir immer, irgendwann wird es für jeden von uns vorbei sein, früher oder später, das weiß ja niemand. Wenn ich jetzt an mein 80-jähriges Ich denke, ich denke, ich bin jetzt 80 und blicke auf mein jetziges Leben. Was habe ich erreicht? Was mache ich gerade? Verschwende ich vielleicht die ganze Zeit meine Zeit? Das ist nämlich das Allerheftigste. Ich treffe immer und immer wieder Leute, die meinen, dass Zeit nichts wert ist. In Wirklichkeit ist Zeit viel, viel mehr wert wie Geld, weil Geld kann man unendlich beschaffen, aber Zeit wirst du nie wieder zurückbekommen. Also verschwende nicht deine Zeit, mach was aus deinem Leben, gib richtig Gas. Du hast nur ein Leben, denke ich mal. Wir wissen es halt alle nicht, ob man vielleicht noch ein Leben hat, aber ich würde nicht so leben, als wenn das jetzt die Generalprobe ist und es kommt noch ein zweites Leben. Das wird es, zu ziemlicher Sicherheit wird es das nicht spielen, das Ganze. Also denke immer dran, was würde mein 80-jähriges Ich jetzt über meinen Lebensstil, über meine Lebensweise, über einfach wie ich mit Zeit umgehe, was würde mein 80-jähriges Ich zu mir sagen? Und wenn das irgendwie sowas ist wie, mein Freund, du verschwendest dein ganzes Leben, man hat nicht unendlich Zeit oder reißt sich mehr zusammen, verschwende nicht die ganze Zeit Zeit, lebe nicht fürs Wochenende oder so. Wenn das das 80-jährige Ich, ihr müsst wirklich reflektiert mit euch sein, zu euch sagt, dann ändert ein bisschen was, meine Freunde. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wäre die Frage Nummer 1, die man sich immer und immer wieder stellen muss, mache ich genauso. Frage Nummer 2, liebe ich, was ich tue? Dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Es ist ja auch übelst die Zeitverschwendung, wenn ich irgendwas mache, ich gehe irgendeinem Beruf nach, ich mache irgendeinen Job oder ich bin angestellt irgendwo. Und in Wirklichkeit liebe ich nicht, was ich tue, also ich mache das nur des Geldes wegen. Und wir haben ja vorher gehört, Geld ist unendlich beschaffbar in Wirklichkeit, wenn man sich ehrlich sagt. Aber die Zeit, die man dann in dem Job verschwendet, die Zeit wirst du nie wieder bekommen. Und wenn du da unglücklich bist, dann ist das meiner Meinung nach eine pure Lebensverschwendung. Du verschwendest deine Lebenszeit, es ist möglich da auszubrechen, es ist möglich auch etwas anderes zu machen, auch in einen anderen Job zu gehen. Man muss einfach sich was trauen, man muss aus der Komfortzone raus und man muss einfach Gas geben. Und dann kann man auch das machen, was man liebt. Ein kleines Beispiel habe ich hier noch für euch. Wenn jeder Job gleich bezahlt würde, du bist Arzt, du bist Krankenschwester, du bist Tischler, vollkommen wurscht. Du bekommst bei jedem Job 1000 Euro im Monat und mit dem würdest du auch leben können. Welchen Job würdest du dann machen? Das musst du dir wirklich selbst beantworten und dann geh doch in den Job rein, wenn du dafür noch ein Studium brauchst. Ja, dann mach das halt noch. Natürlich hört sich das leichter an wie getan, wenn ich schon Kinder oder Familie habe, aber es ist alles möglich. Das kann ich euch sagen. Es ist alles möglich, wenn man nur will. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, meine Freunde. Ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer 2. Liebe ich, was ich tue. Punkt Nummer 3. Habe ich ein Warum? Warum mache ich das, was ich mache? Oder lebe ich einfach nur in den Tag hinein? Habe ich irgendein Ziel am Ende meines Lebens? Will ich finanziell frei werden? Will ich einfach ein Haus bauen ohne Kredit? Will ich einfach ein sorgenfreies Leben haben? Was ist denn warum? Will ich einfach frei sein? Mein Warum zum Beispiel ist die Freiheit. Ich will aufstehen können, wenn ich will. Die meisten, die mir verfolgen, wissen, dass ich will schlafen gehen, wenn ich will. Ich will mich mit dem treffen, wenn ich will. Und ich will niemanden fragen müssen oder fragen, ob ich... Man muss sich vorstellen, man fragt seinen Chef, ob ich da Zeit bekomme. Also der Chef entscheidet dann eigentlich über dein Leben ein bisschen. Man muss sich das nur mal so vorstellen, meine Freunde. Das will doch kein Mensch. Und mein Warum ist einfach die Freiheit. Zu wissen, okay, ich kann morgen das machen, was ich will. Ich kann das machen, was ich liebe. Und mit wem ich will und um wann ich will. Und das ist so wichtig. Das ist mein Warum, die Freiheit. Mein Warum ist sicher nicht Geld. Ich will nicht 20, 50 Millionen Euro haben. Nein, ich will einfach das Geld haben, um dann mein Warum, nämlich die Freiheit zu verwirklichen. Ganz, ganz wichtig. Frage Nummer 3, hast du überhaupt ein Warum? Denk da mal drüber nach. Frage Nummer 4, wachse ich eigentlich? Was meine ich damit? Ich meine es nicht damit, ob ich größer werde oder so. Nee, ich meine, wachse ich innerlich? Traue ich mich was? Gehe ich aus der Komfortzone raus? Bilde ich mich weiter? Gehe ich Risiken ein? Solche Dinge muss man sich stellen. Das ist so wichtig, mindestens. Also meiner Meinung nach sollte man jede Woche ein Buch lesen. Also dann ungefähr 50 Bücher im Jahr. Da wachse ich innerlich sozusagen. Hört sich zwar ein bisschen komisch an, aber es ist genauso. Bilde ich mich weiter? Und so weiter. Das muss ich mich alles fragen. Wie will ich das Ganze dann machen? Habe ich Pläne? Das meine ich mit dem Punkt Nummer 4. Wachse ich? Und das sollte sich jeder fragen. Habe ich überhaupt einen Plan? Hört sich auch wieder sehr, sehr witzig an. Aber es ist wirklich nicht witzig. Die meisten Leute haben keinen Plan. Sie rennen wie Zombies durch die Gegend, die einfach meinen, das ganze Leben besteht darin, einen Job zu bekommen, von 7 Uhr morgens bis 15 Uhr oder 16 Uhr, 17 Uhr zu arbeiten, zu Fernsehen und am Wochenende eventuell ein bisschen Spaß zu haben. Aber das stimmt ja nicht. Die haben in Wirklichkeit, also meiner Meinung nach, nicht wirklich einen Plan. Wenn du dir einen Plan zurechtlegst, dann meine ich damit, was will ich da und da erreicht haben? Was gehe ich als Nächster an? Was ziehe ich als Nächster durch? Kleines Beispiel. Sehr, sehr gutes Buch, Miracle Morning. Da steht halt drinnen, man soll eine Stunde früher aufstehen und dann einfach eine Morgenroutine durchziehen. Allein das wird dein Leben maßgeblich verändern. Du stehst eine Stunde früher auf, machst ein bisschen Sport, lest ein bisschen was, bildest dich weiter. Ich kann euch sagen, wenn ihr das ein Jahr durchzieht, ihr werdet ein anderer Mensch sein, ihr werdet ein anderes Leben haben und es ist nicht zu spät, wenn ihr jetzt 30 seid, auch wenn ihr 35, 40, 45 seid. Es ist definitiv nicht zu spät, einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich will jetzt nicht ein übelst amoral Apostel sein. Ich habe auch immer wieder Rückschläge oder ich habe auch mal keinen Bock, aber schlussendlich muss die Richtung immer wieder angepasst werden und die muss auch stimmig sein. Natürlich kann ich kurz mal abdriften, ganz kurz, weil ich mal eine Woche wirklich einen Down habe. Das kann sein. Aber schlussendlich muss die Richtung stimmen. Ich muss einen Plan haben. Was will ich mit 20 erreicht haben, wenn ich jetzt 15 bin? Was will ich mit 30 erreicht haben, wenn ich vielleicht 20 oder 25 bin? Und was will ich, wenn ich mit 30 jetzt das Video sehe oder 35, 40? Ist ja vollkommen wurscht. Wo will ich dann 5 Jahre, 10 Jahre später stehen? Und das halte ich schriftlich fest und schaue mir jeden Tag am Morgen an. Ich mache mir so ein kleines Journal. Schaut da rein. Es hört sich zwar alles etwas esoterisch angehaucht an, aber es ist wirklich so. Ich kann es euch sagen. Wenn ich meinen Journal von 2013 durchlese, dann bekomme ich Gänsehaut, weil alles, was da drin steht, habe ich durchgezogen und erreicht und auch mit so viel Schmerz dahinter. Aber jetzt rückblickend, was das Beste, was ich gemacht habe, einfach mal ein Buch in die Hand zu nehmen, einfach mal einen Plan zu haben, mich zu fragen, warum mache ich das alles überhaupt? Liebe ich das überhaupt, was ich tue? Und was würde einer sagen oder was würde ich sagen, wenn ich in 50 Jahren zurückschaue? War es das wert? War es das wert, 60 Jahre oder 50 Jahre für eine Firma zu arbeiten? Oder habe ich mich selbst verwirklicht? Habe es für die Menschheit auch getan? Ich habe Mehrwert geliefert. Ich habe der Welt was zurückgegeben. Jo, meine Freunde, das waren jetzt die fünf Punkte bzw. die fünf Fragen, die sich jeder stellen sollte. Ich gehe es jetzt nochmal kurz durch, damit ihr die fünf Fragen nochmal da habt. Was würde mir nachts sicherer jetzt ich über mein Leben sagen? Liebe ich das, was ich tue? Habe ich ein Warum? Wachse ich stetig? Habe ich einen Plan von meinem Leben bzw. habe ich Ziele? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte gebt mir einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und abonniert natürlich den Kanal für weitere solche Motivationsvideos. Natürlich auch für extrem, extrem nice Reselling Content. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund, meine Freunde. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer René.